jetzt läuft's okay ja ein neuer Versuch wir hatten schon mal einen Versuch der war ein bisschen scheiße Ainsworn oder was was ist das hier weiß nicht ach so Rennen okay nee laufen nur mal laufen guck so wo ist das ist das Schwierigkeits normal und müssen er packen oder um ich gebe er kommt von hinten er ist in der Stutt abend die Klinik ganz knapp aber jetzt er sind wir kommen gleich ins Warte 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 müssen da schon längst welche Krumm sein allzu genau aber komm aus der Tat Guck einfach auf deine Minimap was heißen die blauen Pfeile die Andy Braun Pfeiler auf dem Radar sind Türen oder? Konsole aaaaaaah stirb nicht nicht nachladen nicht vergessen nicht nachzuladen ja, ich weiß doch ich hab auch mal irgendwann nachladen, hab ich die Aufgabe der Gesellschaft und ja, ich weiß was du meinst nicht nachladen ich könnte dich jetzt hier einsperren also geh weg ja, ist gebliebte jetzt nur ups warte warte da sollen welche Krumm, ich will das abschießen, das war's doch ein Mann langweilige Gegner. BAM! Menschen! Ja ok, Menschen, naja. Ich würde mal sagen, es ist ein Swarm von Aliens. Schwarm! Ach verdammt, ich habe außerdem die Waffe gewechselt. Hilfe! Hilfe! Verstehe ich! An mir bin ich gerade. Weiß ich nicht. Nichts! 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 Etwas, gerade! Ja, bis dahin sind wir und noch mal gehört. занимert man Ja, ein bisschen vielleicht! Okay, dann stehe ich mal wieder dazu. Ja, so, okay! Ja, wir sind Akali, wir sind unsichtbar. auch die dort geht Prozent Prozent von Waffen hier welche Waffe schießt man auch mal verraten da hat es wieder rein kommen rein jetzt ich hab nicht die Zeit da und so gut ich würde mit mir ja ein kompletter er hat sie mir geklappt und kundig geht gebrochen wenn die feier scheiße mal auf deiner Treppe oder was ja da bin ich gut in den 10 Munition hier. Ne, hier sind gerade so viele Menschen. Ach, jetzt kommt der Scheiße, Mann. Ähm... Wir sind echt tot, ne? Lass uns schon. Hm? Ich füge nochmal nachladen. Die kommen gleich von allen Seiten, guck da. Armer Klauch! Du musst nicht mehr lange warten. Geh fertig. Ihr habt was euch gemacht, oder? Oh nein! Medic! Oh, danke. Schau, die Seite geputzt. Bäm! In dem Kreischen ist hier unbesiegbar! Boah! Ey, das ist echt wie geil! Die Gegner sind doch... Warum sind die Gegner nicht gesloat? Okay. Bäm! Ja, das klappt. Hat nicht klappt, Alter. Was steht da jetzt? Critical Data! Ja! Download complete! So, jetzt müssen wir wegrennen. Okay. Ja, du schafft! Nice! Wir haben sie gegankt! Wir haben sie gegankt! Wir haben sie gegankt! Du schaffst! Wir werden sie aus normalem Schiff zu hoffen! Lieber nicht! Wir verlieren nur schon wieder! Continue... 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 So... Ja, machen wir hin, komm! Ja, bei dir ladet's es auch, oder? Ja! Wird noch längere laden wegen Rendern. bei mir ist es jetzt gleich fertig bei mir ist es nur wieder Hälfte ok Leute, wir dürfen auf A, da ist er ja ich bin aber noch nicht gleich da auf den muss man warten jetzt bin ich da ich teste die Tesla-Kanone ja, ich bin wieder den Charakter oh, es macht ja schneller ja, Start-Mission tot nice ja, töte mich, töte mich ja, dann schlag dich halt mit dem Charakter so ich bin wieder das Lowlife-Opfer hier ja, super guck mal da ups, voll hinten oh, die Fakten, schick da nachladen, fail, Alter genau, ich bin tot du bist scheiße ich hab denn das nachladen das ist so sinnfrei gemacht ey guck mal Hilfe wie die Halle wegfliegt von dir los, stirbt ihr dreckige Schweine nein Aua Aua da müssen wir schlau rangehen und so das war fail krankenschwester Akali anscheinend G.M. Chirurg-Shen Wagen Restart F.M. es ist noch schwarzer Bildschirm gut Mission Failed hab ich voll vergläsen ich nehm wieder ne andere Waffe, die ist scheiße der hat der hat aber voll vergläsen nicht gecued irgendwie ja, aber die hat fast kein Damage gemacht ok start mhm wenn ich da so ein Select of Hand muss ich die irgendwie einsetzen mit irgendwas hm, was ja, wenn ich jetzt ähm Tactical Heavy Armor nehmen muss ich die einsetzen mit irgendwas die ist passiv ah, ok mal so los gut, wir sollten nicht so weit vorgehen da geht man an der Stelle gleich erstmal hier warten Ups ah, da konnte ich nicht mehr stop ach, da haben wir failed komm, komm schnell rein komm! komm schnell rein komm! 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 ok, renn wow, blost! egal, rennen ok, vorsicht, was los hier es explodiert alles am Marschalter ja, genau ok du bist tot gut Du bist schlecht! Ich bin wieder eingerannt. Frag ich mich ja auch! Boah Alter wie OP! Es geht schon wieder los! Was ist das denn? Was ist das denn? Mann ey! Soll ich mal noch mal was für einen Schaden hier raushauen? Nex! Ready! Was ist das denn? Was ist das denn? Mann ey! Was ist das denn? Das ist doch behinderende Scheiße! Es lädt! Moment ich komme gleich! Was ist das denn? Und schon da! Gut! Ready! So! Ich nehme die Rotflinte! So! Du hast eh die geile Knarre da! Passt schon! Gut! Sie kann ein bisschen gut schießen und so! So! Ja! Reloading Fail! Geil! Schön gemacht! Gar nicht egal! Was ist das denn? Nein! Fail! Ich meine irgendeine Ecke oder so! Wir machen so's! Nein! Das ist der Herrscher! Renn so schnell du kannst! Renn so schnell du kannst! Renn! Renn so schnell du kannst! Jetzt renn! 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 Renn und baller alles rein was du hast! Ich hasse Nachladen! Das ist überhaupt nicht nett! Ich habe keine Muni mehr! Ja warte ich leg dir! Wo denn nochmal? Ah ja hier! Oh Gott ich kapier die Steuerung nicht so ganz! Jetzt schnell 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 beiig beiig! Wir müssen uns ein bisschen ran halten! Ich habe noch die ganze Muni aufgenommen! Was soll jetzt los? Renn! 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 Warte! Boah Alter was ist das denn? Ja Pani auch gerade! Oh Gott! Ok renn rein! Renn rein! Renn schnell! Warte ich komm mal heilen! Gut heil die Tür mit! Oh! Ok und jetzt müssen wir uns aber beeilen weil die Aliens kommen! weiter! Voll epic! Ok! Ok komm! Ok komm! So! Voll voll mit Muni! Oh es kommt der Kack! Egal wir haben es wir haben es geschafft die Aliens abzuhängen wo hinter uns waren! Wir müssen nicht hören! Hör mal was kommt! Oh mein Gott! Geil Mann! Wie geil ist das denn alter! Ok das macht jetzt so viel Sinn! Warte ich! Oh nein! Warte ich! KRAGAST! Warte ich! Baaaaaah! RELOAD! Warte ich! Warte ich! Warte ich! Was ist das denn?! BAM! Na, klar, in Zeitlupe hab ich gefällt, ich bin zu scheiße. Jaa, guck mal an, wieder gucken. Jaa, die Bells rinky. Jaa, schießt der Rab, Mann. Wir in der Wand die Wahl. Die Wur von vorne, ich äh, komm, lieber nicht, wird nicht so schön. Das ist einfach. Boah, nachladen. Jaa, ich hab's halt gesagt, ich hab's nachladen. Fick dich hier. Aber echt, wir bleiben einfach da drin stehen. Ups, wollte ich nicht.